Ja nun, erst mal ein Pflänzer. Los! Moin! Willkommen zurück. Heute in unserem neuen Projekt sind diese schicken Sandfläche gekommen. Die sollen natürlich irgendwie ans Auto angebracht werden. Seitlich haben wir vor. Und ja, seitlich und zum Ruckklappen. Tisch dann, ne? Genau, das Tisch. Genau. Ja, das wollen wir euch zeigen. Dann mal, los! Ja, hier sollen die Sandbecher ran. Da sind natürlich erst mal die Jerry-Kennster für Weiche. Die kommen dann auf die andere Seite. Aber jetzt schon. Erst mal die abbauen. Genau. Und das seht ihr jetzt. Ja, die Behälter sind nun ab. Jetzt kommen die neuen Erdanschienen drin. Die neuen Erdanschienen drin. Und darin dann die Sandbecher dann. Genau. Die man runterklappen kann. Video. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, die Sandfläche sind wir ja nicht angebracht. Genau. War ein bisschen schwieriger als gedacht. Mussten das oben ein Stück verlängern. Aber sind dran, sind fest, funktioniert. Ja. Und nun gehen wir auf die andere Seite und machen die Kanister da dran. Die geht hier dran dran. Ja. Also. So. 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 Ja, es ist vollbracht. Für heute sind wir erstmal durch, wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.